Lieber Klaus-Peter, für die bevorstehende Bundestagswahl wünsche ich dir alles Gute. Ich freue mich dir auf diesem Wege meine Unterstützung zusagen zu können und hoffe, dass du die nächsten zehn Jahre genauso erfolgreich im Bundestag unsere Interessen vertrittst, wie du dies in den vergangenen zehn Jahren gemacht hast. Hier aus Rüdesheim alles, alles Gute und ein gutes Ergebnis. Dein Johannes. Tschüss. Lieber Klaus-Peter, ich wünsche dir bei der Bundestagswahl viel Erfolg und bedanke mich im Namen der Bürger, dass du immer für uns da bist. Ich wähle die CDU und Klaus-Peter Wilsch, weil Klaus-Peter Wilsch sich insbesondere im Rahmen der Konversion für die Vermarktung der ehemaligen Bundeswehrliegenschaften der Untertrageanlagen besonders einsetzt. Lieber Klaus-Peter, ich wünsche dir alles Gute für den Wahlkampf 2009 hier aus dem wunderschönen Lorsch. Ich würde mich freuen, wenn in Zukunft die junge Generation nicht vergessen geht. Ganz nach dem Motto Maß halten fordere ich dich auf, auch bei den Haushaltsplanungen für die kommenden Jahre an uns zu denken. Dankeschön. Ich wähle Klaus-Peter Wilsch um die CDU, weil es für die Region im Rheingau und ganz besonders für Lorsch gut ist. Ich wähle Klaus-Peter Wilsch um die CDU,